Wir sind wieder bei Don Starve mit Ostra und den lieben Show. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ja, aber ich bin ja auch nicht vor Hunger geschmissen. Zählt das gar nicht. Ich gehe jetzt erstmal fischen, damit wir Essen haben. Ich hätte jetzt fast was gesagt. Ich hätte jetzt fast was gesagt. Wir wollen ja Freunde bleiben, ne? Ich bin nicht unter natürlichen Umständen gestorben. Also könnte die Dragon Balls wiederbelebt werden. Wir müssen die erstmal finden. Ja, such mal die Dragon Balls. Habt ihr einen Radar oder so? Nein. Ich bin Wicker Bot, nämlich Bulma. Was ist mit dir? Ja, du bist für die Bulma in 100 Jahren. Ja, das stimmt. Oh Mann. Aber die Frage ist, wie kriege ich dich jetzt wieder in das Reich der lebenden Toten? Der lebenden Untoten, was? Es wird ja ziemlich kritisch. Ich habe da so eine Idee und ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal wieder versuchen, ein paar Spinnen. Ja, mach mal. Den Popo zu verklocken. Falls das nicht klappt. Wo ist eigentlich der Arsch bei dem? Wo ist da der Kopf? Ne, Moment. Wo die Augen sind, da ist immer der Kopf. Da ist der Arsch. So. So Show. Wie sieht es bei dir aus? Wo bist du denn gerade? Gibt es da noch andere Spinnennester überhaupt in den Plains, wo wir uns befinden? Oder gibt es da nur diese? Ach, ja. Ich bin gerade sehr weit weg. Also, sie sind hier, wo ich bin. Ich bin aber sehr weit weg von euch gerade, weil ich gerade auf Sammeltour gehe. Ja, mach du. Du hast ja den ganzen Tag Zeit. Hier liegt übrigens noch Holz. Hat jemand das vergessen mitzunehmen? Ach so. Oh, ich glaube, ihr solltet mal meine Sachen aufnehmen. Haben wir, haben wir, haben wir. Okay, gut, sonst ist ja wieder alles weg. Kann es sein, dass ich die ganze Map jetzt durchsucht habe schon? Und keinen einzigen Touchzone gefunden habe? Das geht auch gar nicht. Oder kann es sein, dass einfach in einem Level kein Touchzone gibt? Kann aber nicht sein. Das kann passieren. Also, es gibt jetzt hier, ich weiß gar nicht, ob es ein Ende gibt von einem Level, aber manche Inseln erreicht man einfach nur durch Wurmlöcher. Ja gut, Wurmlöcher kann ich auch benutzen, aber Problem ist, normalerweise sind Touchstone bei den Schweinen, weil da sind so Schweineköpfe drauf. Ja. Bei dem einen Schweine drauf. Ich kriege die nicht da raus, die blöden Spinnen. Ich kriege die nicht da raus. Oh, da ist übrigens ein Hase bei uns. Zwei Hasen. Eine Traps. Eine drei Hasen. Oh, dann können wir die kochen. Ja, mach das mal. Ich kann ja leider nichts machen. Ich bin ja gerade nicht da. Ich bin ja gerade sammeln und so. Ich hätte die hier... Vielleicht, hier ist auch noch ein Rucksack, aber nicht, dass der dies war. Und das sind zwei Rucksäcke. Lol. Aua, 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 aua. Aua, aua, aua. Ja, 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 ja. Ich glaubt ihr, die spawnen nie, oder? Weiß ich nicht. Aua, 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 aua. Ihr Hasen. Ich glaub, ihr solltet mal zusammen wirklich mal da irgendwo hin, nicht immer alleine. Ja, es ist... Blöde, eine Spille noch am Popo, ey. Kriegst du nicht los. Ah, ich hab hier auch ein Wurmlauch. Die ist wieder weg, die Spinnen. Ich hab hier auch ein Wurmlauch gefunden. Soll ich mal durch? Ja, versuch's mal. Geh mal, du kannst ja mal die... Du bist ja grad da auch mal. Du kannst ja die Hasen da rausholen und... Ich? Ne, ich bin ja nicht... Die Rucksäcke mal da rein. Nicht, dass du dies... Ich bräuchte Flint. Ich bräuchte Flint. Oh, hier ist Silk. Brauchen wir Silk? Ne, ne? Ne, das ist... Das ist nur fürs Angeln oder um irgendwelche Hüte zu machen oder so. Das ist jetzt nicht so. Achso, okay. Ich wollte eigentlich die Nacht jetzt ein Angeln gehen, damit wir Essen haben für die nächsten paar Wochen und Jahre. Okay. Jahre? Ja, vor allem Jahre. Irgendwo muss doch ein verdammter Touchstone sein. Jetzt geh ich mal diesen Weg. Ich glaub, da war ich noch nicht. Genau. Dieser Weg wird kein leichter für dich sein, schon. Dieser Weg ist... Doch, weil ich kann über alles rumschweben. Das ist ja okay. Ich weiß nicht, ob ich die Frösche töten kann. Weil die werden mich natürlich töten, weil ich hab nicht so viel Leben. Die werden an dir so ransaugen. Die ziehen mir die Items aus der Tasche. Ja. Oh, ich bin an einem Haunted Biom. Da gehöre ich eigentlich natürlich hin. Da war ich, glaub ich, auch schon an den Lillanen, ne? Da kommt so eine Tentakel raus und gibt dir einfach einen Schlag. Ja, genau. Da, wo die Bäume so Stacheln haben. Genau. Da ist ein... Oh, das sind diese roten Spinnen. Oh, die Agro-Spinnen. Äh, Spinnen. Spinnen meine ich natürlich. Wespen. Oh, okay. Ich glaub, ich spinne. Nein, Spaß. Hier? Oh, hier sind die Tentakel. Der lustig. Eins weiß ich. Eins weiß ich. Ich glaub, ich werde nicht mehr den Roboter nehmen. Der ist nicht so gut, find ich. Ja? Ja. Oh, ich hab irgendwie den Teich angebrannt. Was? Hä, wie hab ich den Teich denn... Leute, der brennt einfach. Na ja, dann gibt's halt gebratene... Äh, Frossschenkel, auch egal. Gut. Der Teich angebrannt? Jetzt wird's, jetzt wird's, jetzt wird's mysteriös. Ja, ist irgendwie ganz komisch. Ne, 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 das... Ich geh mal mit, ich hab soweit alles. Nein, nein, das, das Gras. Das Gras um den Teich herum hab ich angebrannt. Ich bin viel zu weit weg. Ich bin so alt. Wenn du, selbst wenn du im Jenseits wärst, könnte ich mitgehen. Ist kein Ding. So. Hier ist auf jeden Fall ein normales Pickhouse. Das ist schön zu wissen. Komm nicht ins, äh, ungeheimliche, äh, unheimliche Biom da oben. Das ist nicht gut. Ach, Quatsch. Ah, Quatsch. Ja, okay. Sehr viele Gefahr. Äh, ich verliere einfach stetig Leben. Warum? Binne. Aber hier gibt's doch auch Dings. Hier kann ich neue Bücher machen. Das ist doch voll geil. Neue Bücher. Ich fisch, ich fisch. Ja, Leute, wir haben einen sehr spannenden Let's Play hier bei mir. Ja, es ist im Moment, wir versuchen, Show wieder zu überleben. Das ist das Schwierigste da oben. Ja, doch, der Show, der kann gar nichts. Warum? Doch, so. Gleich, direkt, die Flagge de-abonnieren. Auf Wiedersehen. Ha, ha. Abonniert, damit er wieder de-abonnieren kann. Genau. So, oh, ich hab Cutstown gefunden. Irgendwo gekrummelt überall. Boden, Beben oder so. Hier hab ich Spinnen gefunden. Okay, ich glaub, hier ist der Show. Äh, hat jemand... Hast du Hunger, Ostra? Ganz viel Hunger. Nein, ich hab voll bis oben hin. Okay, ich hab mal drei Fische gefangen. Was? Ich fang jetzt einfach mal ganz viel Fische für die nächsten zwei Jahre. Das Problem ist eher meine Sanity im Moment. Aber es liegt ja nicht an dir, Show. Das wissen wir alle. Ja, ja. Das Show zörtet mich noch. Hab das Gefühl. Ach, es ist Vollmond. Yeah, ich muss dich mal eine Fackel anmachen, Baby. So, wir sind wieder bei der Ende der Folge... Nein, Gott. Äh, ich glaube... Ah, ich bin tot. Oh, Gott. Weißt du, was ich... Tentakel, ich hab dir gesagt, kommt nicht hoch. Ich hab dir gesagt, kommt nicht hoch. Ja, ich wusste nicht, dass bei Vollmond richtig crazy wird und überall irgendwie alles voller Tentakel ist. Weißt du, was ich... Jetzt können wir's vergessen, weil ein Touchdown wird nicht für uns beide rein. Äh, und hier ist so ein Spider-Glänzding. Das hab ich doch gesucht. Ark. Ja, jetzt müsst ihr euch auf mich verlassen. Jetzt geht meine Zeit nicht die noch schlimmer rund, aber ihr alle tot seid. Hey, was heißt ihr alle tot seid? Das ist mein erster Tod. Mich vergessen. Ja, ich weiß. Aber ich bin ja einmal gestorben. Was? Ne, ich bin zweimal, oder? Auf die Tentakel ist ja voll lustig. Ne, ich bin zweimal gestorben, glaub ich, oder? Ne, doch. Ich glaub, ich glaub, es ist Winteranfang, oder? Ne, ne. Weil es so bläulich alles geworden ist hier. Das ist, äh, Vollmond. Ach so. Ich hab noch ein paar Fische dabei. Deswegen sind die Tentakel ja so crazy. Das ist unfassbar. Ach, Mann, ey. Das haben wir wieder toll hingekriegt. Ich hol mal acht Fisch. Oh, das ist das beste Format. Ich will davon unbedingt noch mehr sehen. Siehst du so. Das ist ungefähr das, was die Kommentarsektion sagt. Ich hab's mal eben grad vorgelesen. Na klar. Ich will wieder von sehen, wie er als Kassel hier rumlauft. Wo finde ich denn, wo finde ich denn diese, äh, Dinger, diese, äh, Eier von, von Dingern für das Herz? Na ja, du musst spinnen töten. Einfach spinnen töten. Einfach spinnen töten. Ich glaub, ich glaub, ich soll hier jetzt gehen. Das ist nicht gut. Ich glaub, ich sollte jetzt aus dem Let's Play gehen. Einfach ein spannendes Sub hier. Ja, also. Zwei, drei Folgen. Ja, ähm. Wo waren diese Spinnnester oben? Wie du schon folglich vor zwei Folgen zusammengefasst hast. Wir sind nicht am Hungern gestorben. Und das ist das Wichtigste. Richtig. Das ist das, äh, das ist das Wichtigste. Ich bin an meinem Heldenmut gestorben. Ich hab 80 Leben insgesamt für euch geopfert. Und ich bin auf der Suche nach einem neuen Herz für dich gestorben. Ich möchte das gerne, ich möchte das gerne auf meinem Grabstein stehen haben. Ja? Kann ich einrichten? Auf dem hast du keinen Grabstein. Ich will einen. Oh Mann. Ich hab nicht das Geld. Es sind jetzt schon, es sind schon. Es ist so weit gekommen, aber wir müssen jetzt. Was ist das, ein Thermometer? Ja, ich hab ja gesagt, da ist dieses Ding, wo man dann Winter machen kann. Kann ich nicht öffnen. Besser ist. Was ist das, Guano? Das wär jetzt noch schön. Richtig Grolok reinreiten. Richtig schön Winter machen. Ersache Kühlschrankatmosphäre. Das macht ihr doch nicht wirklich. Dann kann ich euch nicht mehr öffnen. Kann man leider nicht. Wie leid. Wie sieht's denn aus mit den Fallen von den Hasen? Ja, die sind voll. Ich glaub, die Hasen sind schon verrottet da unten. Ich glaub, ich verreck gleich Anna's Sanity. Ich hab noch 35 und das geht immer rapide runter. Gut, dass man hier keine Krankheiten kriegen kann von bösen Monstern oder so. Tetanus oder so. Tetanus oder Hepatitis B. Oh, einfach mal ein Tollwut oder so. Was hast du wieder mit dem Monster gemacht? Also mir geht's prächtig aus. Ja, ich hab grad bei den Fröschen geangelt. Seid ihr am Lager? Ach so, ihr seid ja tot. Was soll das? Was ist denn das hier? Schuhhorn. Ist das dein Hornshow? Ja, nee, das ist ein Schuhhorn. Das hat nichts mit meinem Namen zu tun. Ja, ich wollte nur witzig sein. Ein Schuhanzieher ist das, glaube ich, ne? Ein Schuh... Ich hab grad den Namen genannt gehabt. Jetzt hab ich ihn wieder vergessen. Ein Schuh... Ein Schuhknüppel. Nee, was? Ein Schuhanzieher, ne? Nein, nicht Schuhanzieher. Wie heißt das denn das? Schuhlöffel. Ja, dankeschön. Weißt du, ist das nicht ein Schuhanzieher? Ja, es ist ein Schuhanzieher. Okay, ja, dann haben wir das. Also ich könnte jetzt... Ich bräuchte einen Speer oder so einen Speer. Wo hab ich denn hier einen? Oben im Summ habe ich einen liegen lassen. Ja, klasse. Go get it. Ja, als ob ich den jetzt holen würde, weißt du? Warum nicht? Ohne Witz. Also es gibt hier, glaube ich, auf dem Level keinen einzigen Touchdown. Ich weiß nicht, wo du jetzt hin bist. Ey, ich glaube, ich glaube, es ist vorbei mit uns. Ich bin auch tot. Meine Sanity ist im Arsch. Ja, Sanity ist okay, aber... Nee, die ist im Arsch, die Sanity. Solange du, äh... Ganz dunkel, ne? Ich hab einen Touchdown gefunden. Baby! Wo ist der? Theoretisch dürfte ich aber auch mal. Theoretisch weißt du nicht mal, wo ich bin. Ey, das... Das Leben hat mich wieder. Wo war'n das? Das war, äh, im... Vom Portal... Einfach vom Portal aus in Richtung Süden. Gar nicht weit weg. Wo war'n das? War das da, wo diese Schweine waren? Dieses Gebiet? Nee, da war so... Da ist ein einziges Schweinehaus gewesen. Da ist, äh... Also nicht oben? Ey, ohne Witz jetzt. Oh Mann. Oh yeah, Baby, die Oma ist zurück im Leben. Die Oma. Wo krieg' ich... Da brachte die Verantwortung jetzt mich wieder zurück. Wo krieg' ich denn das her? Was denn? Ich glaub' ich bin tot. Nein! Ja, ich will doch die Spinnenscheiße holen, aber ich trau' mich nicht anzugreifen, weil ich Angst hab' zu sterben. Du brauchst doch nicht, das macht die Oma das. Hallo, Show! Na, du? Sack! Ja, dann... Niemals! You'll never catch me alive! Hahaha! Dann muss ich meine Sanity jetzt reparieren. Ich geh' jetzt oben in den Sumpf und hol' dir das. Ja, mach' das mal, mach' das mal. Kein Ding, sagt er. Wo bist du denn genau? Dann treffen wir uns. Ich bin jetzt im Lager. Nein, nein. Ich seh' den... Der hab' ich sogar... Oh mein Gott, ich hatte sogar das Gebiet aufgedeckt. LOL! Noob! Das bin ich denn für einer. Wo ist denn dieses Gebiet, wo du hin willst? Rechts oben? Ich will ganz nach... Ich will ganz nach... Ich will ganz nach Norden. Da gibt's ja die Schweine mit Namen und da drüber noch. Kennst du alle Schweine mit Namen? Ich kenn' alle Schweine mit Namen, ja. Ferkel, äh... Schweine... Fred Ferkel ist der eine. Der andere heißt, äh... Allgemein Ferkel. Also... Also ist das dieser Weg, der so... Ja. Von unserem Lager hochführt und dann so knickt nach links und dann wieder nach rechts macht. Da steh' ich gerade. Am Schweinehaus, da warte ich auf dich. Schweiniger. Da warte ich auf dich. Oh, das ist süß. Da steht er so am Wegrand. Uhuhu. Ich will's nicht in dieser Nacht schaffen, weil ich kein Feuer habe. Oh, ja. Äh, ich hab' auch keine Werkzeuge, gar nichts mehr. Das ist... Ach, da hab' ich... Du hast ne Fackel, um die Nacht zu überleben. Eine Fackel hab' ich mir grad gemacht. Okay. Ach, Leute, Leute. Was ist das denn? Was ist... Oh mein Gott! Ganz viel... Da ist ein Skelett, da ist eine Axt und ganz viel Holz... Äh, ne, Halsbretter. Ist ja lustig. Oh, eine neue Art von... Von Vögel. Das sind... Oh, Geier. Ah, ist geil. Neu. Ah. Ihr könnt mir doch Vögeln, äh, ich mein' Tothauen. Bitte? Die Vögel... Die Vögel... Wir können die doch Vögeln lassen, die Vögel. Also Twitchern, so Vogel-Dead. Komm schon. Ja, ich... Oh, Mann. Ich geister jetzt einfach mal hier rum, das ist mir egal. Der arme Show fand seit einer Folge tot. Kann ja nicht wahr sein. Zwei? Zwei ist das doch schon, oder? Boah. Man ist seine Tee, ich sterb durch seine Tee, wir müssen Show wiederbeleben. Es ist so, es ist einfach verwunderlich. Warum hast du den blöden Touchdown nicht gefunden, Show? Und warum hab ich dein Leben nicht gespielt, Show? Ich weiß es. Warum hab ich so viele Fragen in dich, Show? Oh, die Fragen kann ich dir gerne beantworten, aber am nächsten Tag... In der Pause, wa? Ja gut, okay. Ja. Wir diskutieren das aus, ihr könnt euch derweil mit anderen Sachen beschäftigen. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Tschüss. 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 Tschüss.